Das ist die Arche Noah, die wurde gefunden, der Beweis für Gott, Forscher finden Noahs Arche. Ich meine, müsste nicht mittlerweile so irgendwie aufgelöst worden sein? Wann war das mit der Arche Noah? Gibt es da ein Datum, irgendwie der 4. April 405? Ich möchte heute mit euch über etwas Unfassbares sprechen. Und zwar über einen unglaublichen Beweis, der belegen soll, dass die Dinge, die in der Bibel stehen... Warte mal, das war's? Was ist das? Das ist aber weiß? Was ist das, so ein Berg? Schau mal, schau mal, schau mal. Egal wie verrückt oder übernatürlich sie auch wirken, tatsächlich exakt so passiert sind. Wahrscheinlich ist das irgendwo unter Eis eingefroren oder so. Denn es soll tatsächlich passiert sein, dass die Arche Noah, die Arche, die Noah gebaut hat, als die Erde überflutet wurde, tatsächlich gefunden wurde. Und Wissenschaftler fanden alle Beweise, die sie brauchten. Was... Government... Government confirms, this is Noahs Ark. Was ist da? Das ist das wie ein Berg? Okay, 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 okay. Was genau hier passiert ist und was genau damals passiert sein soll, möchte ich euch in dem heutigen Video einmal genauer erklären. Denn es geht nicht einfach nur um einen gruseligen Fund, sondern es geht darum, dass die CIA versucht hat, diesen Fund zu verschleiern und geheim zu halten und um Geschichten von gruseligen Dämonen, Riesen und gefallenen Engeln. Was also alles damit zusammenhängt, möchte ich euch jetzt einmal erklären. Das ist Unsinn. Damit wir diesen ganzen Fund also verstehen können, müssen wir uns einmal eine besondere Geschichte der Arche Noah angucken. Und zwar ist dies nicht die allgemeine Geschichte, die wir kennen. Wenn ich euch fragen würde, was die Arche Noah ist, würden... Ähm... Die wurde gebaut von einem Typen, und zwar Adam Sandler, weil er morgen Freeman gesehen hat. Die meisten von euch wahrscheinlich antworten, dass laut der Bibel... Er schwurbelt? Nein, das ist real. ...eine große Überschwemmung, eine große Flut über die Erde. Tja. Und um eben Tiere auf der Welt zu retten, um das Fortbestehen der Tiere zu retten, wurde Noah von Gott beauftragt, ein riesiges Schiff zu bauen. Bro, was ist das? Was ist das? Das ist wie einfach eine Katze. Ein Schiff, das so groß war, dass an Bord jeweils zwei der gleichen Tierart leben könnte. Und so nahm Noah alle möglichen Tiere mit auf die Arche. Giraffen, Löwen, Tiger, Schimpansen, was auch immer. Alle Tiere, die es auch heute noch gibt, die ihr euch vorstellen könnt, wurden damals von Noah mit auf dieses große, hölzerne Schiff genommen und eben vor den Fluten gerettet. Auch Insekten und so? Weil theoretisch könnten die auch einfach wegfliegen, na? Schreib mal ein Tier rein, das Noah hätte zurücklassen sollen. So lange, bis dann irgendwann die Flut verschwunden war und die ganzen Tiere zusammen mit Noah von der Arche gehen konnten. Das ist grundsätzlich die Geschichte, die wir alle kennen werden. Doch diese Geschichte zusammen mit dem Fund soll noch deutlich weitergehen. Denn wir müssen uns einmal von der grundsätzlichen Geschichte der Arche verabschieden. Denn es gibt eine andere Erzählung. Und diese Erzählung wird vor allem im Buch Enoch beschrieben. Das Buch Enoch ist ein besonderes biblisches Buch. Denn in normalen alten Testamentschriften, in normalen Bibeln, werdet ihr das Buch Enoch nicht finden. Es ist tatsächlich ein Buch, welches erst einige Zeit später entdeckt wurde und nicht in allen christlichen Teilreligionen vertreten ist. In den großen christlichen Religionen, im evangelischen Glauben und im katholischen Glauben, wird das Buch Enoch zum Beispiel nicht anerkannt, während es in einigen Absplitterungen des Christentums in Afrika ein fester Bestandteil der Bibel ist. Ganz viele Leute sagen bis heute, dass eben das Buch Enoch ein verbotenes Bibelbuch ist. Ich habe davon noch nie was gehört. Was eigentlich crazy ist. Ich habe das Gefühl, so im Religionsunterricht damals, da lernt man irgendwie sowieso zu wenig. Also ich habe das immer schon gesagt. Ich war damals im Religionsunterricht in der Volksschule, also quasi in der Grundschule. Und in der Unterstufe, in den ersten vier Jahren von einer Plödsinn. Na? Ich war in der ganzen Schulzeit, oder? War ich das? Ja, ich glaube, ich war in der ganzen Schulzeit im religiösen Unterricht. Keine Ahnung, keine Bibel-Lore. Ja, was haben wir gelernt? Naja, hier der, ich wollte gerade sagen, der fliegende Dornenbusch. Der brennende Dornenbusch und hier mit dem Feuer, was sie da über dem Kopf gehabt haben und dort so Zeug. Aber dann haben wir noch einmal so in der Volksschule, irgendwie in der dritten Klasse, haben wir sowas ausgemalt. Da kann ich mich noch erinnern. Da hat meine Lehrerin, na, das war was anderes. Da haben wir Mozart ausgemalt und ich habe keine Hautfarbe gehabt. Hier, schau, jetzt kommt der Rassismus, keine Hautfarbe gehabt. Keine Mozart-Farbe habe ich gehabt. Und dann habe ich ihn rosa angemalt. Und meine Lehrerin war ursauer. Sie hat gesagt so, ja, war Mozart leicht rosa? Und ich so, na, soll ich das schwarz machen? Oder ich meine, was soll ich denn tun? Und zwar, weil der Inhalt in dem Buch Enoch zu grausam, zu krass ist, als dass man ihn wirklich in die Bibel reinnehmen könnte, weil er eben für zu viel Panik sorgen würde. Denn das Buch Enoch beschäftigt sich vor allem mit Dämonen, mit gefallenen Engeln und mit Riesen und auch mit der Arche. Und zwar heißt es im Buch Enoch, dass es einige Engel im Himmel gegeben hat, die sich zusammenschlossen und gegen Gott auflehnten. Sie wollten quasi einen großen Kampf gegen Gott starten, woraufhin Gott wütend wurde und die Engel aus dem Himmel verbannte. Sie wurden also zu gefallenen Engeln und kamen auf die Erde nieder. Diese eigentlich göttlichen himmlischen Wesen waren dann also auf der Erde zusammen mit den Menschen gefangen. Und dort angekommen, fingen sie an, sich mit den Menschen zu paaren. Okay. Haben sie schon mal mit einem Engel geschlafen? Diese Engel haben also mit menschlichen Frauen vor allem geschlafen und durch diesen Geschlechtsverkehr kamen auf einmal neue Kreaturen raus. Okay. Aber sind die generell indistinguishable von Menschen? Kann man das nicht sehen? Lügenpresse, ich war Augenzeuge. Warst du auch Gott oder was? Also jetzt so ohne Spaß, wenn ich ein Engel wäre, klar, safe. Hier Gott, er hat mich erschaffen und sowas. Ja, okay, ich bin vielleicht nicht ganz zufrieden mit dem, was er macht. Oder weiß ich nicht, Engelsteuer gibt es sicher auch. Dass man dann so einen Protest macht. Aber irgendwie wäre es dann auch dämlich, ne? Weil ich meine, kannst du Gott schlagen? Jetzt rein theoretisch. Wenn es einen Gott gibt und er hat das gesamte Universum erschaffen und die Erde und alle Engel und bla 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 bla. Glaubst du, for real, der hat so Angst vor dir? Naja. Sogenannte Nephilim. Das ist real, mein Vater ist so ein gefallener Brä. Nephilim werden häufig immer beschrieben als eben die Götter der Erde, als eben göttliche Wesen, die hier auf der Erde gelebt haben. Doch die Nephilim waren nicht irgendwie gutherzige Kreaturen, es waren regelrechte Monster. Denn die Nachkommen von Engeln und Menschen waren laut dem Buch Enoch Riesen gewesen. Gigantische Menschen, die allerdings eine unfassbare Wut in sich trugen. Sie fühlten sich weder zu eben den himmlischen Wesen zugehörig, noch zu den Menschen. Sie waren eine Art Kreatur, die zwischen diesen Welten gefangen war und nirgendwo sich wirklich zu Hause fühlte. Außerdem hatten sie eine unmenschliche Kraft und einen unmenschlichen Hunger. Sie verschlangen so viel Essen, so viele Felder an Essen, dass das Essen der Menschen ihnen nicht ausreichte. Es ist witzig, wir haben gerade eben das Video von Daisy über Mookbanks gesehen, wo Leute sich zu Tode essen. Und so fingen sie an, Dörfer zu terrorisieren, zu zerstören und Menschen zu fressen. Diese Kreaturen waren wirklich grausam gewesen. Und gleichermaßen waren auch die Engel immer noch ein Problem. Denn nicht nur paarten sich laut dem Buch Enoch die Engel mit den Menschen, sondern sie sollen den Menschen tatsächlich auch verbotene Dinge beigebracht haben. Das Ganze wurde so schlimm, dass Gott das Gefühl hatte, er sieht nur noch einen Ausweg, wie er es eben schaffen kann, die Welt... Ach so, sie haben ihnen quasi so Sünden beigebracht oder was? Oder was sind so verbotene Dinge? ...wieder zu bereinigen. Weil die Menschheit, seine Kreation und die Engel haben ihn betrogen. Auf der Welt wurde überall gesündigt. Überall waren die Nephilim gewesen und die Menschen lernten verbotene Künste. Und deswegen wollte er die Welt purgen. Er wollte sie reinigen. Und daher erzeugte er angeblich diese große Flut. Aber bevor die Flut kam, sagte er eben Noah Bescheid, dass er eine Arche bauen sollte. Und mit dieser Arche sollte er eben die Tiere und gute Menschen retten. Sex vor der Ehe? Das wussten die nicht, dass es geht? Gute Menschen, wie auch Noah einer gewesen ist. Shout out! Okay. Okay, 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 okay. Und dafür hat er sich in Morgan Freeman verwandelt? Nein, ich finde die Story ist eigentlich cool. Die Story ist eigentlich cool. Aber können die nicht fliegen oder so? Die sind riesig groß und die essen Menschen und die paaren sich auch mit Menschen und bla bla bla. Und halt keiner kommt auf die Idee, dass man da irgendwie, ähm, ringsbums. Also die ganze Erde wurde überflutet. Das war jetzt nicht irgendwie so nur in Ohio oder sowas, ne? Und das Ganze passierte auch. Noah baute dieses riesige Schiff. Dann kam die Flutkatastrophe. Und die Flut verschwand. Und mit ihr zusammen all die Nephilim, die auf der Erde eben untergegangen sind. Okay, aber das müsste dann rein theoretisch innerhalb der letzten paar tausend Jahre passiert sein, ne? Schätze ich jetzt mal. Gibt es, gibt es dementsprechend wissenschaftliche Erkenntnisse? Seelenheimat, dankeschön. Weil, ähm, weil theoretisch, es müsste ja auch irgendwo, es könnte ja auch sein, dass es passiert ist, dass es irgendwo eine Flut gab. Oder dass da irgendwie, weiß ich nicht, damals einen riesigen Eisgletscher gegeben hat. Oder der, der Kapitän von der Titanik ist schuld, weil der hat die, den Eisblock da umgeschmissen. Und dann auf einmal ist das, es sind die Sea-Level, äh, gerissen oder so. Sechstausend Jahre lauter christlichen Lehre. Okay. Sechs K. Das müsste man dann schon irgendwo, das wäre dann schon irgendwo ablesbar, oder? ...ertrunken sind. Doch nun kommen wir zu dieser Arche. Okay. Die Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, die Geschichte der Arche allgemein, klingt absolut unglaubwürdig. Diese Geschichte klingt so, als wäre sie definitiv frei erfunden. Das Problem ist, bei der Arche, und ich weiß nicht, warum darüber nicht geredet wird, aber das ist ja alles einfach, das ist ja alles eine Inzugpartie. Das sind alles einfach, also ich meine, vier Generationen, und auf einmal schaut der Löwe wirklich so aus, wie auf dem Bild, das da gemalt wurde. Doch das Ganze scheint nicht zu stimmen. Die Arche Noah. Denn die Arche von Noah wurde tatsächlich gefunden. Und das schon vor einigen Jahren. Der Arche Noah. Wenn es denn noch irgendwelche Merkmale davon gibt, dann müssen wir in Ararat suchen. Und tatsächlich wurde das gemacht. Denn im Jahr 1949 machte sich die US Air Force auf den Weg, flog über das Gebirge in der Türkei und machte dort Fotos. Sie machten allgemein Luftaufnahmen von dem gesamten Gebiet. Doch während sie Luftaufnahmen machen, bemerkten sie auf einmal in dem Gebirge ein seltsames Objekt. Dieses Objekt wurde als Anomalie beschrieben und es wurden unzählige Fotos davon gemacht. Das ist es? Flying parallel to Mount Ararat at 40.000 feet. Keine Ahnung, wie viel das ist. Ein paar Tausend Meter oder so. US Air Force plane, low level. 1949. 49! Okay, warte mal. Ich blenke mich da hier ganz kurz. Oder ich mache das so. Ich meine, die Arche, die wieder aus Holz gebaut worden seien. Der hat mir jetzt nicht wirklich viel mehr zur Verfügung gehabt. Okay, ja. Doch diese Fotos waren besonders gewesen. Denn nachdem man diese Fotos sich angeguckt hat, nachdem man diese Anomalie sich angeguckt hatte, wurde sofort die CIA eingeschaltet. Das, was dort gefunden wurde, war nicht normal. Das, was dort gefunden wurde, war zu krass für die Öffentlichkeit. Die CIA schien das Ganze genauestens zu dokumentieren. In den nachfolgenden Jahrzehnten wurden immer und immer wieder Flüge zu diesem Ort hingemacht und man machte Fotos von dem Objekt. Aber wo ist... Ich... Ich erkenne da gerade nichts. Das da? Oder das da unten? Alle Bilder, die allerdings gemacht wurden, wurden umgehend geheim gehalten. Auch wenn eben Leute der Regierung versuchten, Informationen darüber zu bekommen, wurden diese Informationen nicht preisgegeben. Ja, warum die CIA? Ich meine, die Türkei wird ja auch irgendwas so ähnliches haben, oder? Was macht die fucking CIA dort? Sie waren strengstens geheim gehalten und... Da, okay. Hä? Wo? Das ist die Arche Noah? Ich meine, by the way, bro. Noah. Jetzt so no front. Aber du sollst die gesamte Weltpopulation retten und du steuerst straight in einen fucking Vulkan rein. Das kann man auch einmal ein bisschen besser machen. Und erst als sie später, Jahrzehnte später veröffentlicht werden mussten, kamen sie an die Öffentlichkeit. Irgendetwas war dort in dem Gebirge. Ein seltsames Objekt, das man sich nicht erklären konnte. Aber schon damals vermutete man, dass dieses Objekt die Arche von Noah gewinnt. Okay, das sieht besser aus. Das sieht besser aus. Das Ding ist halt, das ganze Terrain, so wie Benjamin Blümchen sagen würde, ist da ja sehr abgekattet und sehr hügelig und sehr vulkanig und sowas. Es könnte auch anders sein, dass es random da so eine Form angenommen hat. Aber ich schätze mal, die Theorie wird sein, ich meine, irgendwer ist dann ja safer mal dorthin gelaufen, oder? Oder kann ich das jetzt noch auf Google Earth finden? Das ist was für eine Vulva. Das ist die Vulva Noahs. Na, aber da kann man ja safe dort hingehen und dann irgendwie so eine Probe davon nehmen. Weil theoretisch müsste ja innen drinnen Holz sein. Und wenn dort kein Holz ist, oder wird das quasi so durch die Hitze vom Vulkan versteinert? Oder zu Kohle? Oder weiß ich nicht. Na, das viel habe ich nicht von Minecraft gelernt. Business. Doch gut, dies waren erstmal die Meldungen der CIA. Das Ganze ging aber noch weiter. Denn im Jahr 1959 flog ein türkischer General ebenfalls über dieses Gebirge, über eben Ararat, und bemerkte dort eine seltsame Struktur. Er sah ein seltsames, unnatürliches Objekt, das aussah wie ein gigantisches Schiff. Beziehungsweise die Form hatte eines gigantischen Schiffs. Es sah aus wie die Überbleibsel von einem Ort, wo einst ein Schiff auf Grund gelaufen ist. Dieser Ort wurde umgehend untersucht und tatsächlich bemerkte man, dass dieser seltsame Krater, der dort bemerkt wurde, in der Größe der Arche war. Und nicht einfach nur in der groben Größe, sondern er soll genau 300 Cubits gewesen sein. Was ist das? Dies war eine altertümliche Maßeinheit und 300 Cubits ist exakt die Größe der Arche. Das gibt es immer noch, 2019, okay. Naja, hä? 1961 hat das so ausgeschaut und 2019 hat das so ausgeschaut. Innerhalb von ein paar Jahren hat sich das so krass geändert. Und das ist 6000 Jahre alt. Wer hat das dann vor 6000 Jahren ausgesehen? Was auch immer dort in Schiffsform gefunden wurde, war also tatsächlich so groß wie die Arche. Und nicht nur das, es wurden dort auch seltsame Ankersteine entdeckt. In den Bergen, mehrere hunderte Kilometer vom Ozean entfernt oder vom Meer entfernt, fand man sogenannte Ankersteine. Dies waren riesige Steine im Boden, die oben Löcher hatten. Und durch diese Löcher wurden eigentlich Bänder gebunden, um Schiffe zu stabilisieren. Da aber diese Steine so weit vom Ozean und vom Meer entfernt waren, gab es keinen Sinn, warum sie da waren. Es sei denn, an diesem Ort wäre einst Wasser gewesen. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Also meine Vermutung ist, es wird irgendeine Art von Überschwemmung gegeben haben. Irgendeine Art von Flut oder dies oder das oder jenes. Weil das würde sich dann auch super decken damit. Und das würde dann auch bestimmt einiges dort erklären. Allerdings, du bist halt in einem Vulkangebiet. Dementsprechend ist halt auch der Boden sehr anpassbar und sehr, wie soll ich sagen? Sehr, sehr rau und sehr, und sehr differenziert in der, in der, in der Altitude auf den wenigen Meter gemessen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich glaube, das könnte auch einfach eine Zufallsstruktur sein, die hier erstellt worden ist von der bunter Natur. Aber es könnte natürlich auch sein, dass Noah dort geparkt hat. Zum Beispiel nach einer riesigen Flut. Aber auch damals hatte man diese Stelle nicht genau untersucht. Es gab einige, die spekulierten, dass dort die Arche ist, aber man stellte keine tiefergehenden Untersuchungen an. Zumindest bis ein Mann sich die Mühe machte, sich das Ganze anzugucken. Und zwar gab es einen Mann namens Ron Wyatt. Ron Wyatt war ein sogenannter biblischer Archäologe. Sein Ziel war es eben, Orte aus der Bibel ausfindig zu machen. Und als er davon hörte, dass es eben diesen Fund der Arche gab, wollte er beweisen, dass es tatsächlich die Arche war. Und so untersuchte er diese ganze Gegend. Und er fand einige Dinge, die keinen Sinn ergaben. So fand er zum Beispiel unfassbar viele Gräber in dieser Gegend, so als wäre... Okay, äh, warte mal. Mhm, da ist die, da ist die Arche. Da ist irgendwas, da ist irgendwas. Gut, das ist hier irgendwo der Vulkan. Schätze ich mal, das wird alles Vulkangebiet sein. Und hier sind überall Gräber. Von Menschen nehme ich an. Aber dann wären die dort wahrscheinlich gelebt haben, oder nicht? Oder könnte es sein... Na gut, das macht auch keinen Sinn. Na, vergiss es, das macht keinen Sinn. Ich wollte gerade sagen, könnte es sein, dass sie da so eine Stadt gehabt haben? Äh, und dass sie dann da so die Leute halt einfach vergraben haben? Und das macht auch keinen Sinn. Ich meine, so wie die Leute vergraben sind... Ja gut, damals hast du halt keinen Friedhof gehabt, wo du gesagt hast, ja okay, wir machen da nebeneinander, sondern wir machen das einfach irgendwie random. Ach, keine Ahnung, Bro. ...dieser Ort für die Menschen damals von großer Bedeutung gewesen. Aber was genau wird dann das Grab definiert, einfach wenn man dort eine Menschenleiche findet? Weil damals hast du ja keine krassen Gräber oder sowas gemacht. Oder wenn du so einen Grabstein hast, hat man das damals gemacht? Und auch fand der Überbleibsel von Häusern, die darauf schließen ließen, dass Menschen sich damals rund um dieses Gebiet angesiedelt haben, so als ob dieses Schiffswrack, als ob dieses Gebiet ein sehr wichtiger, vielleicht heiliger Ort war. Okay, gab es doch damals. Und dann machte er sich genauer auf die Suche. Denn wenn dieses Objekt, wenn dieser Krater wirklich ein Schiff war, dann müsste es noch Anzeichen geben, die darauf hindeuten. Und so suchte er nach Tierknochen, nach Holz von Schiffen und nach Metallresten, die das Schiff zusammenhielten. Und was soll ich sagen? Ron Wyatt fand all diese Dinge. Er fand im Boden Metallreste. Und nicht nur einige vereinzelte, sondern er fand in solch einem Ausmaß Metallreste, die genau auf die Form eines Schiffrumpfes hindeuten ließen. Mhm. Das ist ein großes Schiff, ne? Das ist ein sehr, sehr großes Schiff. Ich weiß nicht, wie das... Ich meine, das sieht aus wie ein modernes, so... Wie sagt man? So ein... Wo so Flugzeuge drauf landen können und sowas, ne? Also so Militärflugzeuge. So einen fetten Carrier. Okay. Dort war überall Metall im Boden versteckt, das... Ja, vielleicht war es auch einfach ein Schiff. ...mit Hilfe von eben Metallsuchgeräten entdeckt werden konnte. Gleichermaßen fand er auch andere metallische Objekte, die nachgewiesener Weise von Menschenhand gebaut wurden. Objekte, die in Schiffen verbaut sein könnten. Und er fand sogar Holz. Eben mumifiziertes, versteinertes Holz, welches einst zu einem Schiff gehörte. Und das fand er am gleichen Ort, wo auch eben dieser Schiffskrater entdeckt wurde. Dann könnte es auch einfach sein, dass es wirklich diese Flut gegeben hat und dass es wirklich ein Schiff gegeben hat, das jemand gebaut hat, aber wahrscheinlich schon abgesehen von der Flut. Und die haben da, oder die sind da generell am Meer gesegelt und dann auf einmal sind sie da irgendwo reingewaschen worden. Und dann sind sie da gestrandet. Und dann haben sie sich gedacht, okay, what the fuck, wir sind halt irgendwo im Nirgendwo. Aber wir sind hier neben einem Vulkan und dann sind sie draufgekommen, dass der Boden extrem fruchtbar ist oder so. Dann haben sie dort eine Zivilisation aufgebaut, haben einfach auf das Schiff geschissen. Und deswegen sind da auch so viele Gräber, weil dann auch sehr viele Leute dort im Laufe der Zeit gestorben sind. Und er soll an diesem Ort auch Tierknochen entdeckt haben. Tierknochen, die anscheinend darauf hindeuteten, dass Tiere dort gestorben sind, die einst in der Arche transportiert wurden. Ja, das weiß man nicht, ob die Tiere vorher auf der Arche waren oder nicht. Aber ich meine, das kann gut sein, wenn dort eine Zivilisation entstanden ist, dann sind die dort gewesen. Ron Wyatt untersuchte dieses gesamte Gebiet, fuhr immer wieder mit Wissenschaftlern, mit Experten und mit anderen Archäologen dorthin und sie alle bestätigten seinen Fund. Das, was dort ruhte, waren tatsächlich feste Beweise, dass die Arche dort gewesen ist. Ron Wyatt fand eben die Beweise, die darauf hindeuteten, dass diese Vermutung stimmte. Die Arche von Noah war dort gewesen. Naja, woher weißt du, was die Arche von Noah ist? Das ist das Problem. Das könnte einfach irgendein, weißt du, irgendein Partyboot sein. Die Arche von Noah ist nicht nur eine erfundene Geschichte der Bibel, sondern tatsächlich echt. Das ist ein Stretch. Ey, ich möchte nicht so sein, aber das Ding ist halt auch, er ist ja auch ein, was hat er gesagt, ein biblischer Archäologe oder so. Also er geht dorthin und er, ich schätze mal, er wird nicht einfach Freestyle dorthin gehen, weil er davon ausgeht, dass, also wenn er nicht an Gott glaubt und dies und das nicht, sondern er geht hin mit einer Vermutung und sucht halt nach allem, was diese Vermutung bestätigt. Vielleicht hat er auch irgendwas gefunden, was das irgendwie dementieren könnte oder er hat irgendwas gefunden, was halt gar nicht da reinpasst, aber das ist halt nicht wichtig in dem Moment. Ich glaube schon, dass es, also jetzt, wo ich das gesehen habe, am Anfang habe ich mir gedacht, ja, okay, das ist eben ein fucking Krater oder sowas, gar keine Frage. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es vielleicht ein Teil von einem Schiff war oder dass es vielleicht auch mehrere Schiffe waren, I don't fucking know, und die dann einfach dorthin gesegelt sind. Vielleicht war da auch damals Wasser. Oder, das muss man ja irgendwie ausfindig machen können, oder? Ich meine, ich schätze mal, das willst du anhand von dem, von dem Boden oder wenn du da irgendwie ein Loch gräbst oder sowas, willst du das irgendwie ausfindig machen können, ob da damals Wasser war oder nicht. Dir straight neben dem Vulkan und dementsprechend würde das dann auch Sinn machen, dass da Leute herumgesegelt sind. Dann irgendwann ist das Wasser immer weniger geworden. Das weiß man anhand dessen, dass da jetzt kein Wasser mehr ist, ja. Und da hat sich dann einfach eine Zivilisation gebildet. Die sind dann irgendwann mal draufgegangen, weil Zeit vergeht ja auch. Und dann haben sie die Menschen da begraben. Und dann ist vielleicht irgendwann mal auch der Vulkan ausgebrochen oder so, oder weiß ich nicht. Und jetzt sind die halt nicht mehr am Stiesel. Es hat diese Flut gegeben, es hat die Arche gegeben. Und dies könnte bedeuten, dass es eventuell auch diese Dämonen, diese Nephilim und auch Gott gibt. Dieser Fund könnte für viele der Beweis sein, dass Gott tatsächlich existiert und dass die Dinge, die in der Bibel stehen, echt sind. Dies ist erstmal eine unfassbar krasse Meldung. Doch wir wollen sie uns natürlich einmal genauer angucken. Gibt da schon Beweise für Jesus und Co. faktisch. Ich glaube, dass das auf jeden Fall einen Jesus gegeben hat und dass der da herumgelaufen ist und alles. Ich glaube, ich bin mir eigentlich so 99,9% sicher, dass Jesus Christus auf der Welt war. Ich glaube halt nur nicht an die Religionsgeschichte dahinter. Aber es ist vollkommen fein, wenn das jemand macht oder wenn sich da jemand darin bestätigt fühlt. Gar keine Frage. Wie wahr sind diese Dinge, die wir hier gerade erfahren haben? Und hier müssen wir etwas vorsichtig sein. Denn zunächst einmal ja, das Buch I noch existiert. Viele Wissenschaftler, viele christliche Wissenschaftler sind sich sicher, dass es eigentlich Teil der Bibel sein müsste. Andere sagen, es hat nichts mit der Bibel zu tun. Es ist eine Extrageschichte, die nicht eben in die Bibel gehört. Das ist letztendlich etwas, worüber man sich streiten kann. Das Buch existiert aber zusammen mit diesen Geschichten von den Nephilim, von den gefallenen Engeln und so weiter. Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass Jesus als Sohn einer Jungfrau geboren wurde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die gesagt hat, wow, wie gibt es das, dass ich schwanger bin? Lieber Herrgott war es. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Oder ich glaube zum Beispiel auch, natürlich, dass es auch den Propheten Mohammed gegeben hat, der dann, wann war das, 622 nach Medina gelaufen ist? Dann hat er da kurz in so einer Höhle gechillt, weil die Leute dort seine, naja, wie war das? Er wollte nach Mekka, dann haben die Leute seine Religion oder haben ihn nicht ernst genommen. Und dann hat er alleine gelebt und dann ist er irgendwie irgendwann später zurückgekommen oder nach Medina gegangen oder so. Und dann von dort ist die Religion gestartet. Und das sind dann auch nur 600 Jahre später, nur 600 Jahre nach Jesus Christus. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es Jesus gegeben hat. Ich glaube, dass es den Propheten Mohammed gegeben hat. Ich glaube, dass es sehr viele Dinge gegeben hat in der Religionsgeschichte und Erzählung und so. Ich glaube nicht die Sachen drumherum. Ja, Maria hat es einfach auf Gott geschoben und 2000 Jahre später haben wir den Salat. Das ist, das ist real. Musst dir mal vorstellen, potenziell, wenn die Story so real ist, dann hat, weil eine Frau ein uneheliches Kind bekommen hat, aus dem Grund sitzen wir hier und schauen einem Typen namens Christoph irgendwo in Deutschland zu, wie er über eine potenzielle Arche in der Türkei redet. Das ist der Butterfly-Effekt, meine Freunde. Was uns aber interessiert, ist eben dieses Wrack der Arche. Psycho-Keks, danke schön. Und zu diesem Wrack gibt es Probleme. Denn ja, diesen Krater gibt es. Und ja, die CIA hat etwas in den Bergen in der Türkei entdeckt und das eine ganze Zeit unter Verschluss gehalten. Warum die CIA dieses Objekt unter Verschluss hielt, kann man heutzutage nicht genau erklären. Es gibt die Vermutung, dass es daran liegt, dass man eben teilweise Luftraum damals im Kalten Krieg überschritt, der eben nicht zur NATO, der nicht zum Westen gehörte. Dass dies eben ein Luftraum war, der eigentlich zur Sowjetunion gehörte, den man nicht hätte überschreiten dürfen. Und damit man dies nicht zugeben muss, behielt man diese Bilder geheim. Dies ist aber eine Ausrede, der nicht sonderlich viele Leute glauben. Die meisten sind sich sicher, dass man diese Bilder geheim hielt, weil man wirklich fest überzeugt war, dass die Arche dort lag und die Menschheit das nicht wissen sollte, weil eventuell das bedeuten könnte, dass auch Riesen-Monster-Dämonen existieren. Doch wir wollen uns einmal genauer die Ergebnisse von Ron Wyatt ansehen. Ich glaube, wenn die Regierung draufkommen würde, jo, es gibt riesige Dämonen und Geister und sowas, ich glaube, die würden das auf jeden Fall erzählen, aber die würden das in einem sehr schlimmen Kontext erzählen, ne? Menschen brauchen Probleme, damit Politiker für diese Probleme gewählt werden können, you know? Seine Ergebnisse sind ja letztendlich die handfesten Beweise, von denen wir eben gesprochen haben. Und ja, all diese Funde hat es tatsächlich gegeben. Doch viele davon stehen in Kritik. Zunächst einmal, Ron Wyatt selbst steht in der größten Kritik. Denn Ron Wyatt war ein Lügner, bewiesenermaßen. Ron war kein zertifizierter, anerkannter Archäologe. Er war eigentlich ein Pfleger gewesen, aber hatte sich selbst die Aufgabe gemacht, christliche Orte zu finden. Und er behauptete, er hätte alle möglichen Orte gefunden, die in der Bibel beschrieben wurden, aber hatte nie wirklich handfeste Beweise. Aber er... Und er darf dann einfach dorthin gehen und das dann, naja, okay, oh ja, das ist ja irgendwo in der Öffentlichkeit. Aber darf er dann einfach so da herumlaufen auf dem Vulkan und da so irgendwelche potenziell historischen Sachen da einfach so wegpinseln? Ja, oder? Und er hat auch mit menschengemachten Strukturen da zu tun. Andere behaupten, dass dies nicht stimmt, dass dies eine Ausrede ist und tatsächlich diese Strukturen dort entdeckt wurden. Dieser Ort ist schließlich bis heute für viele immer noch ein heiliger Ort und es gibt Menschen, die dorthin pilgern. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, auch wenn die Ergebnisse, die Ron Wyatt gefunden hat, echt sind oder beziehungsweise nicht so gut angezweifelt werden, er selbst, er als Persönlichkeit wird stark angezweifelt. Ja, ja, also ich glaube nicht, dass er die komplette Arche da einfach reingefreestined hat. Ich glaube, dass es sehr viele Beweise dafür gibt, die auf jeden Fall nicht wirklich widerlegbar sind, so wie das ganze Metall, was dort gefunden wird. Weil ich glaube nicht, dass der das dann mitgebracht hat einfach. Ja, der ist gerade eben beim Laden gewesen und hat sich ein bisschen Metall geholt oder sonst was. Na komisch, dass der biblische Archäologe angezweifelt wird. Ja, ja, safe, safe. Ey, es ist das Problem, ich glaube, wenn du da als wirklicher Archäologe hinkommst, dann kannst du, ich weiß nicht, was genau der Zuständigkeitsbereich von einem Archäologen normalerweise ist, aber ich meine, du wirst das sicher auch zurückführen können, Holz, was dort verwendet wird, auf ein ungefähres Datum, auf ein ungefähres Datum. So, yo, das ist von, oder kann man das machen? Kann man das machen? Das ist aus dem Jahr XY. Oder dort wurden ja auch viele Gräber gefunden, dass du dann sagst, ja, okay, aus welchem Jahr sind diese Menschen entsprungen? Weil das kannst du relativ gut eingrenzen, glaube ich, ne? Und lauter solche Sachen. Oder vielleicht, ob sie männlich oder weiblich sind. Ja, okay, bei so vielen Gräbern. Weil ich habe mir gerade eben gedacht, wenn es jetzt irgendwie so ein Wikinger-Schiff wäre oder so, dann wird da wahrscheinlich kaum eine weibliche Person drinnen gewesen sein. Und dann könntest du das halt anhand vom Knochen ausmachen. Safe, C14-Methode. Ja, safe, ich hätte die auch genauso angewandt. Vom 1.1.225 glaubst du? Ich kann euch nicht genau sagen, was es mit diesem Fund auf sich hat. Was es mit der Arche auf sich hat. So wie ich das Ganze sehe, meine persönliche Meinung, könnte es durchaus sein, dass wir es hierbei tatsächlich mit den Überbleibseln der Arche zu tun haben. Ob es wirklich die Arche war, die im christlichen Glauben beschrieben wird, die in der Bibel beschrieben wird, und das Ganze bedeutet, dass Gott existiert und dass Riesen existieren und sonst etwas, das kann ich euch nicht genau sagen. Es könnte sein, dass wir es einfach mit einem riesigen Schiff der damaligen Zeit zu tun haben. Dass es wirklich eben diese riesige Überschwemmung gab und dass dieses Schiff gebaut wurde und man später Dinge dazu dichtete. Aber dies ist auch von mir nur eine Spekulation. Was bewiesenermaßen ist, ist, dass dort in den Bergen der Türkei etwas ist, das wir uns... Weil ich überlege gerade, könnte man von so Ägypten oder sowas, wenn du dort, ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wo das ist, aber wenn da der Wasserspiegel ein bisschen höher ist, dann kannst du ja das Safe einfach hinsegeln. Und ich meine, die Ägypter waren bis vor sehr, sehr kurzer Zeit in der Menschheitsgeschichte eigentlich mit so die fortgeschrittenste Gesellschaft überhaupt. Also was jetzt Technologie und sowas halt angeht. Gut, die haben hier ihre paar Sandhäuser und sowas gebaut, dies, das. Dann haben die auf einmal hier Pyramiden gebaut, die, weiß ich nicht, zig Jahrzehnte gedauert hätten, um die so hinzubekommen und sowas. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die einfach so ein großes Schiff gebaut haben. Und dann, weil das halt von der Weltansicht relativ in der Nähe ist, dass du dann sagst, okay, mit so einem fetten Schiff, wenn wir so ein fettes Schiff bauen, dann können wir damit auch weit fahren. Und vielleicht haben die da auch dann wirklich einfach Tiere auf ihrem Schiff gehabt, mit denen sie quasi sich selber versorgen wollten während der ganzen Fahrt oder so. Ich weiß nicht, ob das gut funktionieren würde oder nicht. Es gibt sogar die Theorie, dass die Pyramiden eine Zeit lang unter Wasser standen. Lol, wirklich? Das wäre crazy. Aber weiß ich nicht. Ägypter waren auch unglaublich präzise in ihrer Konstruktion. Die waren unfassbar, unfassbar. Aber, by the way, weil ich das manchmal gesehen habe, so manche Leute meinen, dass wir auch mit der heutigen Technologie nicht mehr die Pyramiden in der Konstruktion wieder aufbauen könnten oder sowas. Ich glaube, das ist Bullshit. Ich bin mir relativ sicher, dass wenn jemand hergehen würde, irgendwie, keine Ahnung, Elon Musk oder Jeff Bezos oder sowas und genug Geld in die Hand nimmt, dass wir das sehr, sehr schnell nochmal so hinbekommen würden. Wir können fucking Atome spalten, so weißt du, Sivan? Als ob wir da nicht so ein paar Steine aufeinander schaffen. Ich weiß, dass es nicht so einfach ist, aber wir haben so riesige, so riesige Gerätschaften und sowas, mit denen wir hier herumfahren. Ich glaube, das wäre relativ easy. ... das nicht erklären können. Und vielleicht sollte man weitere Forschung anstreben und sich diesen Ort genauer angucken. Mich würde aber eure Meinung interessieren. Glaubt ihr, dass tatsächlich eben die Arche gefunden wurde? Oder glaubt ihr, das Ganze stimmt nicht? Das Ganze ist überinterpretiert und es ist einfach nur eine Ruine von wer weiß was. Schauen wir mal, was die Kommentare sagen. Wenn dieser Berg noch so ein geort für viele ist, könnte es nicht sein, dass es einfach ein Überbleibsel einer Gottesstätte sein könnte, die einfach selbst dann gebaut ist. Tierknochen auf dem Berg ist ja nicht unbedingt ein tonstark Argument. Es könnte auch sein. Ich meine, die Arche Noah, ich weiß nicht, wann genau dieses Konzept weitergetragen wurde, aber sollte das hier nach dem Konzept der Arche Noah entstanden worden sein, jemand hat gehört, ey, Moment mal, da gab es hier diese Arche und die ist da irgendwo nochmal gestrandet und sowas und das war aus damaliger Sicht vor 500 Jahren. Und dann haben die das einfach gebaut, so nachgebaut, so als quasi, um das quasi, um dem so zu honoren und dementsprechend, ja, es könnte auch sein, und dementsprechend ist das dann so übrig geblieben. Einen schönen Samstag euch an. Ey, 21, 961, der war's, der war's, schön mit dem Samstag. Ist es nicht mal Samstag, aber Shoutout. Na, war ein spannendes Video und ich hoffe, wir finden als nächstes... Jesus.